Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche rund um Ape-Crime-Star André Schiebler. Schon länger postet er auf seinem Instagram-Account Bilder, die man sonst nur von Couple-Goals her kennt. Die Fans sind sich mittlerweile aber sicher, der YouTuber scheint eine Freundin zu haben und auch wenn er sie nicht in die Öffentlichkeit zehren möchte, prägt nun ein sehr verdächtig wirkendes Tattoo seinen Unterarm. Ist es wirklich ein Liebestattoo? Fakt ist, dass es sich um ein Herz handelt, was für André laut eigenen Aussagen eine ganz besondere Bedeutung hat. Da da scheint die Liebe ja schon richtig unter die Haut zu gehen.